Power, Imagination, Nettigkeit und Klugheit. Wir alle besitzen ganz verschiedene Superkräfte, aber zusammen sind wir... Team Pink! Also, lasst uns einander helfen und die Ideen der anderen mit einbeziehen. Liegt es an meiner starken Fantasie oder sehen diese Berge aus wie eine umgedrehte Sonnenbrille? Die darauf hoffen, ein Straßstein-Makeover zu bekommen? Wir müssten nur durch ein anderes Brillenglas sehen. Brille? Verstanden? Wegen der Sonnenbrille hier. Ja, haben wir kapiert. Mädels, ich weiß, dass wir schon oft versucht haben, den Berg zu erklimmen. Aber versuchen wir es noch ein letztes Mal. Los, kommt mit! Ja, Team Pink! Herzlichen Glückwunsch, Team Pink! Ihr habt eure Einsichtartigkeit erkannt und so eure Superheldin in Kraft entdeckt. Viel Spaß mit eurem Preis! Achtung, Level 2, wir kommen! Schon bald wird die Kreativität auf den Fashion Planet zurückkehren. Und zwar dank... Team!